Hey, was geht's? Nächstes Video. Borek. Nächster Instanz ist Whispering Burrows oder auch Whispunnel Ball. Oh ne, war richtig. Da läuft oben lang. Oh, ich liebe das. Wenn so viele Mobs am Start sind, da kommt mein Computer überhaupt nicht mit klar. Alter, und wie der nicht mit klar kommt. Vorletzte Aufnahme ist mir das Ding auch schon abgeschwinkt. Mit Youtube Sound und... YouTube Sound, Youtube Upload, Streaming Programm, das mein Laptop einfach krass überfordert. hier ist noch ein Laptop. Oh. Oh, du, 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 du. Oh, 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 du, du. Oh, du, du. Oh, du, du, du. erstmal hier den Schatz abholen hier ist auch der nächste Champion, aufpassen den Hatsou sprich der zieht euch zu ihm und killt euch dann instant, das ist keine schöne Sache, ziemlich nervig so jetzt hier lang, fettet euch ein bisschen dahin dann auch am Ende befindet sich hier noch ein Schatz, ihr könnt, falls euch das jetzt ein bisschen zu ungenau war, was ich natürlich ganz verstehen kann, in der Beschreibung findet ihr Dropbox Ordner mit allen Screenshots von allen Instanzen, inklusive Naruto, wie ihr am schnellsten die Instanz abfarmen könnt, darauf sind auch verzeichnet die Geheimnisse, die Bosse und die Schätze die ich jeweils gefunden habe, um sozusagen optimal die Instanz farmen zu können, wenn ihr Codes, Bounties Kies erwerben könnt, alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, kommentiert, liked das Video, abonniert mich, falls ihr Bock drauf habt und dann hören wir uns im nächsten Video wieder